Heyho Leute, hier sind wir wieder mit Tales of Grace. Es ist schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, in der letzten Folge haben wir den Wokagong. Wokagong, Wokagong. Das Riesenvieh von Parasiten befreit. Und jetzt geht's auf in die Hauptstadt Strada. Nur, da muss ich noch ganz kurz meinen Sound ein wenig einstellen. Ja, komm. So ist besser, ja. So. Ich glaube, wir haben den Schwierigkeitsgrad noch unten stehen. Das müssen wir gleich mal rückgängig machen. So. Manchmal bin ich so verletzt in seriösen Gedanken. So was? So wie ich könnte, dass ich mehr seriösen über Dinge denken kann. Geldprobleme, okay. Also du bist ein Broke-Joker, eh? Okay. Well, no worries, you can dualize materials, drop by enemies into items and then sell them or even sell gear or games you're no longer using. Or try going to an inn and completing some of the requests you find there. Okay, dass wir jetzt, äh, kein Geld haben, das würde mich wundern. Oh, wir haben kein Geld mehr. Warum haben wir kein Geld mehr? Hm. So, wieder hochgestellt. Und gleich mal ein paar Titel austauschen zum Beginn der Folge. Na, was haben wir denn da? Healing Circle, Lightning Blast. Ah, komm. Und Pascal, du bekommst. Ah, was hast du denn da? Gibt's nicht irgendwas mit einer neuen Art für dich? Hm? Na, sieht schlecht aus. Nope. Ah, ah, scheinbar darf sie nichts Neues lernen. Hm, ne. Was haben wir denn hier noch? Enflame, nein. Na dann. Kriegst halt eben das da, so. Das ist immer ganz gut, ja. So. Schauen wir uns natürlich wie immer um. Nehmen wir auch das ein oder andere Viech mit. Ja, komm schon. Yay, schöner Treffer. Ja, die Bosse, wie gesagt, sind halt immer ein wenig extra. Da war ganz stark. Aber, ja. Es wird schon noch. Ich meine, wir kriegen immerhin ein bisschen mehr EP und alles. Nur, die Bosse sind wirklich ab-mal-schwer. Und dann, wenn ich noch so lange Pause mache, dann, oh, wird das gar nichts. Ja, ja. Ja, 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 ja. Überall bereit? So. Ah, das, das war es schon. Okay. Ich dachte, da kommt noch was vom Spruch. Ich bin enttäuscht. Yay, wir haben Müll in der Wüste gefunden. Ha. Oh, Bananen. Sehr cool. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, Bananen. Those are Bananen. In which case, we must be near water. The capital of Strada should be just a short distance ahead. Hey, Asbel. Do you know about Strada's capital? Do you? It's where Strada's central government is based. That's great, Sophie. How did you know that? Because the captain told me so. Really? Yeah, he tells me everything about the world. What exactly are you teaching her, Captain? Okay. Oh, ein neuer Kristall. Sehr cool. Is it me or have temperature been rising in the desert lately? In the desert lately? Ha, keine Ahnung. Und, komm schon, L1 hier. Mach dein special move. Das war nicht gerade effektiv. Falscher Knopf. Nein, du rennst nicht durch mich durch. Oder wie auch immer das übersetzt werden sollte. I run you through. Ich verstehe es nicht. Au. Man. Mist viel. Wer hat dir noch Dreck in die Auge geschmissen, ey? So, dann... Oh, ja, die Schildkröte umgeworfen. Das tut mir ja fast leid. Ich habe nicht all diese Enemien für nichts. So, da haben wir 334... Oh, Windneedle Master Title. Sehr schön. Ja, da oben geht es scheinbar weiter, also gehen wir erst noch hier lang. Ah, da ist nämlich noch eine Truhe. Zwei Truhen. Und Glitzer. Sehr cool. Boah, Sirup. Braucht auch keiner. Und was haben wir hier? Geld. Yay. Das konnten wir brauchen. Das war nicht schlecht. Oh, halt. Mal und Fake. Die sind wichtiger. Mist. Au. Was ein Schaden. Ah, ich komme nicht ganz hinterher. So, komm. Oh, das ist jetzt doof. Aber es passt. Wir sind mal so dreist diesmal. So. Was benutzen wir auf dich? Einfach alles. Einfach alles aktivieren und gucken, was bei rauskommt, ne? Entschuldigung. Ja. Immerhin haben wir Bananen. Da können wir bestimmt neues Zeug kochen. Hier wachsen immer mehr Bäumchen und so. Also, wenn ihr Strata seht, das ist wirklich eine angenehm schöne Stadt. Gefällt mir wirklich. Ah, da ist er schon. Ziemlich gut. Also besser als Wind. Also besser als Barona auf jeden Fall. Ja, das wird wieder ein wenig, äh, Zeit in Anspruch nehmen, wahrscheinlich. Yuliberte, der Azura-Capital. Wer hätte gedacht, eine große Stadt wie diese könnte in der Mitte des Zersatzes leben? Strata-Kuhr kommt von einem Balkonist, der heißt Duplamar. Ja, das Land hat die größte Technologie in der Welt, um die Macht aus einem Balkonist zu erzeugen. Entschuldigung. Jetzt schauen wir uns, ob wir diese Texte benutzen können, um den Präsidenten zu treffen. Ich glaube, wir sollten ins Präsidenten zu gehen. Willkommen, äh, zu Juliberte, capital of Strata and the greatest oasis the desert has ever seen. Ah, ich muss sagen, die Musik erinnert mich doch schon ein bisschen an Beten-Kaithos. Ah, Beten-Kaithos, yeah. Gott-like-game. Der Präsidenten-Pallest ist im Norden hier und der Inn ist zum Westen. Okay, dann lass uns mal, äh, lass uns mal dualisen. Nein. Nein, äh, zurück. So. Auch zurück. Was, das gibt eine neue Qualität? Ha. Na dann, komm. Nein, wir haben kaum Geld. Ha. Gelatine. Na dann, stellen wir das mal her. Banana. Oh, Bananenkuchen. Bananenkuchen. Wüsste ich jetzt nicht, dass ich das mal gegessen habe, irgendwann. Ha. Das war's sogar schon. Tatsache. Ähm, ja, dann machen wir den voll. Und müssen wir irgendwas verkaufen. Hm. Das lassen wir mal, mal. Boah, wir haben fünfmal Lavender. Cool. Aber nix wirklich tolles, was wir verkaufen können. An der Pyrogen verkaufen wir nicht, das ist sehr gut. Das verkaufen wir auch nicht, wir haben alles nur einmal. Oh, ich hebe mir auch auf, ihr gebt eh kaum Geld. Irgendwas wertvolles? Nein. Hm. Das haben wir nicht ausgerüstet, oder? Wir haben C4 ausgerüstet, genau. Aber die Waffen möchte ich auch gern aufheben, falls man sie wieder verdingenzen kann. Deswegen verkaufen wir auch nichts, außer wir haben es so doppelt. Dann ist es mal kein Problem, so. Hm, nein, ich wollte noch was verkaufen, danke. Ähm, ich glaube, das brauchen wir, obwohl das können wir für so lustige Nebenquests gebrauchen, theoretisch. Hm, kommen wir da noch irgendwo hin? Das sieht mal nicht so aus. Ich dachte schon, ich hätte jetzt eine Truhe oder sonst was gefunden, was ich vorher nie gefunden hätte. Na ja. Fast. So. Ach ja, stimmt, hier ist so eine Schnellreisefunktion. Aber wir schauen uns die ganze Stadt an. Hier diese komischen Wasserspender finde ich schon mal recht interessant. So, dann haben wir hier wunderschöne Plätze. Komische Lampen, überall Wasser und alles. Ach, das ist schön gemacht. Was haben wir denn hier? Oh, hier ist das Inn. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das wäre irgendein großes Herrenhaus. Und ein Skid. Es ist so nett und cool in hier. Ist das wegen der Schneemann? Hey, schau es mal, Sophie. Schnee! Schnee? Ich wunderschöne, dass das die Grund ist. Aber das ist wunderschön. Warum ist der Schneemann meldet? Es ist wahrscheinlich ein secret Stratton-Technologie. Aber warum würden sie nicht die Schneemann rausziehen? Dann, jeder würde es gut sein. Nein, es sagt es hier, für Indoor-Use-Only. Ja, die Elektronik-Elektronik und Gimmicks sind ein bisschen ein Hobby von mir. Können wir einen als ein Souvenir? Wir sind nicht auf vacationen hier, Leute. Unsere Geld können besser werden in den anderen Seite. Um, so was Schnee? Sie weiß nichts. Gar nichts. Armes Viech. Hab ich so viel gerade Viech genannt? Na egal. Ich verstehe, die Frau von einer älteren Familie hat sich verletzten. Okay. Okay. Warte für ein bisschen Eist-Jail-Juice. Es ist eine spezielle Spezialität, die dir fühlt, dass du dich aufgeregt fühlst. Nein, danke. Paddler, wie ich, werden mit unseren Peeren gesetzt, based on how much Geld we are carrying around. The more money we take in, the more our reputation grows. Oh, and we earn titles as well. Okay, also es geht darum, dass wir auch, also wir können auch viel Titel bekommen, wenn wir Geld haben. Ja, wenn wir viel Geld haben, kriegen wir Titel. So. The Desert Track must have been quite tiring. Hm, lass mich deine Requests sehen. Titanium Scarlet haben wir nicht. Weißen Wein haben wir auch nicht. Soaring Crystal haben wir jetzt auch nicht. Aber eine super tolle Quest hat er auch nicht. Also irrelevant. Für 500 noch was, äh, SP machen wir uns jetzt, äh, nicht die größten Umstände. So. Das war das Häuschen. Hier kommen wir, glaube ich, gar nicht rein. Ja. Hier ist nichts. Gut. Your Libertad is the most prosperous city in all the world. Duplima blesses us with the bounty of water, the source of all life. Ja, das mag sein. Und das, diese grünen Kugeln da oben, die irritieren mich immer wieder. Ich dachte, da wäre irgendwas spezielles, aber man kommt nicht dran. Aren't these flowers pretty? Maybe they bloom all here too. Uh. Super. Haben wir auch bei uns in Land. Ach man, da ist ein Gitter, das hab ich gar nicht gesehen. So, dann gucken wir, was die verkaufen. You taken in the sights yet? The presidential palace and the fountain above popular attractions. So, davon haben wir noch genug. So, davon haben wir noch genug. Live Bottles haben wir auch noch genug. So, ähm, ja, das war's sogar dann schon. Da ist auch wieder zu. Oh, da steht noch was. President Paradine has majority support in this nation. He attacks problems without delay and without regard for politics. The people appreciate such men. Okay. Warum nicht? Best watch yourself in the desert. Bandits are everywhere. Okay, die, 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 die Messer sind... Wow, scheiße, das Zeug ist gut. Also, das ist eine Rüstung, die für uns schon mal viel besser wäre. Und wir haben kein Geld. Haha. Vielleicht können wir aber etwas duolaisen, was wir dann verkaufen können. Das könnten wir jetzt mal versuchen. So, Core Dust. Machen wir Glow Foots, das ist gut. So. Dann können wir noch was machen. Leder. Eins heben wir immer auf. Immer auf, falls es neues Zeug gibt, das wir herstellen können. Ah, Velum, nein, das passt nicht. Hm. So. Dann machen wir davon nochmal welche. Eine Poison. Na gut, wir haben... Na egal, eine machen wir. Hm. Was haben wir denn noch? Pyrogen. Nein. Poison Brew. Können wir auch welche machen. Müssen wir nur nachher alles schön verkaufen. Ah, dann machen wir noch einen Oberring. Ein paar. Ja, ja. Davon können wir auch welche machen. Ne, das machen wir jetzt. Das Metall behalten wir. Tierkleber kann man immer brauchen. So, dann davon was. Und davon eins. Nein, weiter duolaisen. Wo waren wir stehen geblieben? Hm, davon haben wir genug. Das da. Da können wir noch was von machen. Gut. Hm, 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 hm. Ah, hier vorne. Eine Hole in der Holy Bottle. Dark Bottle. Machen wir halt... Nein, machen wir auch nicht. Hm. Nein, 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 nein. Ach Gott, nur Scheiße. Was können wir denn hier alles davon... Seascale fängt jetzt doch mit. Nein. Ah, ja. Nur... Mist. Ah, da. Das ist doch gut. Was? Ah, wir haben nicht genug Geld. Okay. Ähm. Dann verkaufen wir mal grad was. Und zwar... Ja, was verkaufen wir jetzt? Wir verkaufen jetzt Essen. So. Wir machen das ja eh mit dem Elef Mixer. Meistens. So. Einmal. So, wo waren wir stehen geblieben? Bei... Animal Glue? Ja, genau. Machen wir zwei Stück. Machen wir drei Stück. Ah, können wir vielleicht noch mehr Zierkleber machen? Wie haben wir den denn gemacht? Zierkleber, Zierkleber. Hm. Ah, da, da. Gut. Machen wir noch einen. Zierkleber. Und... Machen noch mal so ein bisschenes Powder. Und dann können wir den Lavender nämlich verstärken. Zack. Jetzt haben wir besseren Lavender. Sehr cool. Wo waren wir denn jetzt wieder stehen geblieben? Ah, hier bei Tomaten und... Nein. Was? Achso, Apfelgel. Ja, stimmt. Essen wollen wir jetzt nicht... Ver... Arbeiten... Wo sind denn die Spezialwaren hin? Sind die jetzt ganz unten? Ja, sind sie. Aber wir haben nicht die nötigen Gegenstände. Egal. Ah, so. Jetzt haben wir ein bisschen was. So. Eine bleibt übrig. Du müsstest eigentlich doch auch... Nein, geht nicht. So. Immer eine. Egal. Hm. So. Dann haben wir wieder ein bisschen Geld. Das ist dann doch mal hier und da wichtig. Damit wir uns dies und das mal kaufen können. Oh, nein. Immer eins übrig haben. Bitte. So. Darkstein-Crystal. Den habe ich gar nicht gesehen. Hoho. So. Das gab wieder ein paar Stempel. Was hat da denn alles Neues? Verbena. Oh. Oh. Na toll. Müssen wir dafür... schon was ausgeben. Äh, und was wollte man noch kaufen? Das da, ne? Und dann das da. Haben wir genug Geld? Gerade so. So. Hm. Na ja. Na ja. Na ja dann. Eieiei. Eieiei. Da geht das Geld einfach weg. So. Wo waren wir? Ja. Ja. Moon Guard. Ja, genau. So. Dann. Was kriegst du? Oh, die Runenbluse ist ja doch besser. So. Hm, nein. Du kriegst nichts Neues. Du kriegst, äh, du kriegst was Neues. Aber das sind die Messer. Jetzt hast du sechs bis... Oh, die sind viel besser. Sehr cool. Und für dich haben wir, glaube ich, auch nichts Neues. Nope. Okay. Okay. Nicht schlecht. Sehr schön. Ach stimmt, wir haben ja das suspicious Zeug. Das Verbena und das Lavender. Das könnte man sogar noch weiter verbessern. Aber ich glaube, das lassen wir jetzt mal so. Ähm. Ja. Die kriegst trotzdem du. So. Boah. Was? Der hat die niedrigste Physikal... Ach Gott. Eins, zwei, drei, vier. Ja. 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 Immerhin. Wenn du weiterhörst, dann kommst du den Präsidenten Haus. Okay. Danke. Kleiner Junge. Mädchen. Viech. Hey da. Nix. Ich wollte sagen, nach Glitzerts. So. Sind wir jetzt im zweiten Bereich von Strada? Hallo Hund. Ich habe gehört, dass unser Präsident eine Invasion auf dem Hinterland von Windor hat. Okay. Hey, wer bist du? Herr Oswald ist viel zu streck mit dir, aber... Okay. Ich erzähle so Sachen auch immer irgendeinem Fremden. Oh, ich glaube, den weißen Wein brauchen... Den Weißwein brauchen wir für eine... ...Quest. Miau. Natürlich kriegst du was zu futtern, kleine Katze. Redwein ist eine wunderbare Sache. Der rechte Tast... ...Taste macht any meatish taste better. Ein Redwein ist ein exquisites Ding. Der frutige Tast macht any Seafood-Taste better. So, welcher Typ of Wein ist superior? Hmm. Well, either way, if you're underage, you're not getting any. Puh. Oh, da war was. Es ist nur Käse. Na toll. Jetzt habe ich gedacht, wir kriegen hier Weißwein und können uns damit dann die Quest erfüllen. So was von der Richtung. Na, klasse. Oh, Redwein ist zählt, okay. Hast du auch Käse für uns? Oh, Zwiebeln. Na ja, okay. They make cheese with the milk from window cows, you know. That milk is really expensive. Anyway, I smuggled some cheese out from the kitchen earlier, when the chef wasn't looking. It's the best. Why don't you try some? Ja, danke. Haben wir doch noch Käse bekommen? Warum bist du hier von der rischen Mallow-Fragranz? Well, zu schlecht. Keine Unterage-Käste sind... ...möglich. Moment. Habe ich mal eine kleine Idee. Ach, er hat sogar einen Titel gemeistert. Da komm dann. Kriegst du ausnahmsweise einen neuen Titel. Wenn du überhaupt was neues hast. So. Gib mir Wein. So. Gib mir Wein. Soon the day will come. When you can enjoy this fine drink. But until then my answer shall remain no. Och man. Und ich dachte, das funktioniert. Mano. Dann halt nicht, so. Hätte ja sein können. Mhm. Der einzige Schwachpunkt in dieser Stadt ist für mich eindeutig die Musik. Die finde ich jetzt nicht so pralle. Ich finde, die wird recht schnell, ja, doch langweilig. Also, ja. Die seltsamere Art von Musik in diesem Fall. So. Erinnert mich ein bisschen an die Blumenstadt von Baten Kytos. Gehen wir mal dahin, wo wir definitiv nicht hin sollten. Oh, Glitzer. Du hast die Wassergugel's attachment. Okay. Hey, was bist du? Ein Hausmaidchen. Hausmaidchen. Mr. Oswald ist einer der größeren Figuren in all of Strada. Ich finde es ein überwählmendig honnend, um ihn zu servieren. Okay. Hey, da sitzt du. Was ist das? Ich habe nichts mit dir. Okay. Was ist das? Mann, da wollte ich ihm sagen, hey, ich bin deinem Sohn und sein Bruder. Alter. Was? Oh, da steht ja auch noch mal was. Nein, das hat er schon, oder? Hat er? Ich weiß es nicht. Mein Vater ist ein Soldat und er hat gesagt, dass der König von Windu hat zur Kuh fliegt. Okay. Da geht's auch nicht rein. Ja, dann gehen wir mal wieder ein Stück weiter. So weit ist es nicht mehr bis zum Palast. Da ist er nämlich schon. Ey! Ich wollte mit dem reden. Geht das nicht? Nein, es geht nicht. Okay. Wirklich nicht. Ach komm schon, Kumpel, bewegt dich mal dahin, dass ich mit dir reden kann. Das ist das Präsidentliche Palast. Du kannst links für die Dessertrunden gehen oder rechts für den Weg zum Port. Für einen Weg zum Port. Also. Wir gehen erst dort, da lang, weil wir eh wieder nach links müssen. Isn't it so strange and wonderful? A beautiful city like this, right in the middle of a desert? Jaaa. Das ist... Sie ist schon sehr ansehnlich. Nur die... Musik ist ein Schwachpunkt. Okay. Okay. Sofie. Sofie. Do you know what a President is? He's a leader chosen by the people. Yes. Very good. Sheria told me. She said it's different from Windor. Yeah, Windor's a monarchy. But why do people need kings and presidents at all? They help to protect us. It's the same reason Lot needs Hubert. But what about Richard? He was our friend and also a king, right? So why does he hurt people instead of help them? There has to be a reason for that. And after we take care of the Hubert problem, we'll go see Richard together. Okay. Oh, I see. If you look closely, it's actually a set of two fountains. So why doesn't the water flow down from the upper arch? That's nothing like the fountains back home. It's another application of Creus Arts. If I had to guess, I'd say it uses the same Elith as our weapons. I bet it's based on the principles of Elith coupling equilibrium, huh? Um, yes. It sure is something to see, huh? Strata is home to the water valkonist Duplamar, right? Hubert sure grew up in an incredible place. I wouldn't be surprised if it was the wealthiest city in the world. You'll never see anything like this in Windor. The armies captured a town in North West Windor. That's valuable territory if we hope to keep Vandal in check. So, then lasst uns mal zum President, bitte. The Branch of the Vielen Dank.